So, kommen wir jetzt hier zu unserem Mercedes unter den Gartenstühlen, zu unserem Salem Recliner, wie es so schön heißt, zu unserem Verstellsatzel Salem. Auch wieder aus ganz hochwertigem Poly-Rattern-Geflecht mit einem wirklich dicken Aluminium-Untergestell und ganz tollen Old Teak-Armlehnen. Schön glatt und trotzdem in dieser Old Teak-Optik. Den Sessel haben wir auch in unterschiedlichen Farben am Lager, mit unterschiedlichen Kissenfarben. Fanyu, vielleicht kannst du einfach mal... Ja, hier haben wir Sandy XO mit einem sandfarbenen Kissen. Daneben haben wir Original XO mit einem grauen Kissen. Und hier haben wir zum Beispiel Natural XO mit einem sandfarbenen Kissen. Bei der Farbe Natural XO ist es wirklich so, dass man zweimal hingucken muss. Es sieht aus wie Indoor-Geflecht, ist aber tatsächlich wetterfestes Outdoor-Geflecht. Also richtig gut gemacht. Und ich zeige euch jetzt nochmal einmal, wie man den Sessel verstellen kann. Hier ist wieder eine hydraulische Gaspumpe eingebaut. Und man kann sich einfach zurücklehnen und den Sessel verstellen. Wirklich, wirklich toll. Dazu haben wir auch noch passende Fußsocker. Die hole ich auch nochmal eben her. Ich würde mal sagen, der Sommer kann kommen. Weitere Infos auf info.horstschäfer.de